Hi Leute, wir nehmen ein neues Lied auf und wir brauchen dafür einen Chor. Meine Idee also, wieso machen wir das nicht alle zusammen? Aktuell ist es also so schwierig, mehrere Leute auf einen Haufen irgendwie produktiv für sowas zu bekommen. Also ist meine Idee per WhatsApp. Und zwar passiert das hier in Form einer Online Vocal Session, würde ich es nennen. Und zwar am allerbesten nehmt ihr euch gleich ein paar Kopfhörer dazu, setzt euch an PC, Laptop, vielleicht auch Tablet oder sowas, was euch da lieb ist, sodass man halt aus den Lautsprechern nichts hört. Wir haben dann unser Playback und ein paar Sachen, die man dafür braucht, jetzt gleich ein Video laufen, dann gehen wir das zusammen durch. Dazu nehmt ihr einfach euer Handy und haltet das wie ein Mikrofon vors Gesicht, macht WhatsApp klar oder Telegram und schickt uns eine Sprachnachricht rüber. Macht euch auch keine Gedanken wegen der Qualität über WhatsApp. Dadurch, dass so viele Leute gleichzeitig zu hören sind, macht das keinen viel zu großen Unterschied. Die Sache hört sich erstmal so an, wir haben erstmal einen Klick zum Einzählen, damit wir auch wissen, welches Tempo es ist, damit man sich darauf ein bisschen einstellen kann. Und das sind dann auch direkt die vier Töne, die wir dafür singen werden. Und dann haben wir schon mal die Geschwindigkeit raus, wie ich das alles anhören soll. Und das sind auch dann die vier Töne, die dazu kommen. Achtung! Und das ist im Prinzip schon alles, was wir brauchen. Gleich kommt das Playback mit dazu, damit wir auch ein bisschen Feeling dafür aufbauen können. Und ich würde auch vorschlagen, das ist das Tempo, das sind die vier Töne. Vielleicht probiert ihr die noch ein, zwei, dreimal aus, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wo die hingehen. Aber sonst ist das hier auch schon die Stelle vom Lied, in der wir euch brauchen werden. Let's... Oh-oh-oh-oh-oh Ja, und genau so einfach ist das auch tatsächlich. Wenn ihr die Töne nicht so ganz getroffen habt, macht euch keinen so großen Kopf deswegen. Wenn da so viele Leute dazukommen, auch bei mir, klingt das ziemlich furchtbar. Auf jeden Fall, falls ihr schon eine Idee habt, welcher Song das sein könnte, hier Big Brain Time, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schickt es uns auch per WhatsApp oder Telegram rüber aufs Handy. Wir aktivieren hier unser altes Band-Handy, was halt auch echt schon seine besten Tage hinter sich hat, wie man sieht. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr hier dabei seid. Lasst uns auf jeden Fall mal wissen, wie ihr die Idee findet, mit einem Daumen oder auch mit einem Kommentar. Und dann gucken wir, wie wir in Zukunft mit sowas umgehen. Ob wir das öfter machen, weil ich glaube, hier große Lust drauf. Auf jeden Fall ist es bei mir schon 10 vor 10 abends. Ich hoffe, meine Nachbarn hassen mich nicht für die Aktion hier. Und wünsche euch noch eine schöne Nacht, einen guten Morgen oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Auf jeden Fall, bis bald. Ciao.